Hier müssten wir durchpassen. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abrechnen und sexuelles Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Bleibt im Dunkeln. Okay. Ist sie sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas brauchbares ist. Na klar, Boss. Des, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib nicht dran, Eni. Okay. Warte, warte. Verlucht. Verlucht. Zanin, sie rufen uns zurück. Zurück zum Weih. Ihr habt gehört. Auf da. Lauf sich, Salon. Weiter. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie... hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor. Ja, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Just, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Ich bin nicht mehr. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Ja, kurze Zeit. Äh, was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, lang aber als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Mann, ist ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Ja. 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 Hier drüben. Hast du da was gefunden? Nein. Such weiter. Bleib du einfach in ihrer Nähe. Okidoki. Hey, Tess! Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Untertitelung des ZDF, 2020